Innovation braucht Ideen. Und Ideen brauchen Freiraum, um sich zu entwickeln. Seit mehr als 65 Jahren entwickelt Rodius Schleifwerkzeuge, die Profis auf der ganzen Welt die Arbeit erleichtern. Wir sind der Überzeugung, dass Fortschritt nicht im Alleingang entsteht, sondern aus Teamwork, Erfindergeist und dem Mut, auch ungewöhnlichen Ideen eine Chance zu geben. Nach diesem Grundsatz geben wir jeden Tag unser Bestes. Mehr als 390 Mitarbeiter aus 25 Nationen in zahlreichen Aufgabenbereichen. Von der Entwicklung über die Produktion bis zum Vertrieb, von der Maschinenbedienung und Sachbearbeitung bis zum Management. Das ist die Rodius-Familie. Die Philosophie hinter unserer Arbeit ist geprägt von Dynamik, Leidenschaft, Weltoffenheit und Nachhaltigkeit. Was Sie bei uns erwartet? Ein Team, das wirklich etwas bewegen will. Aufgaben mit internationaler Tragweite. Eine ganze Menge neuer Partner. Und jeden Tag eine neue Herausforderung, an der wir gemeinsam wachsen. Erreichen Sie mit uns ambitionierte Ziele auf einem spannenden Wachstumsmarkt. Wir freuen uns auf Sie. Ende des Ziele auf dem wir her